mein sollte er nicht noch mal er Wenn mir jetzt die Drecksfledermaus hier die Tour vermasselt, dann raste ich aus. So, sieben und acht. Damit haben wir die acht blöden Münzen gefunden. So, und können runterfallen. Und noch sterben. Nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. So, als nächstes müssen wir auf den Grund des Sees. Grund des Sees. Nicht Grund des Sees, sondern Grund des Sees. Tschüss. TITAT! Mario! Unterwegs! Tralala! Yahoo! Ich will mal jetzt wissen, ob ich die Felsen damit platt machen kann. Hehehe. Woah! Nein, nicht schon wieder auf die Fresse. Alter, die wollen mich verarschen. Und zwar geht es um diesen Stern da drüben. So, gerade mal schnell Münster einsammeln. Oh, oh, oh. Na, 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 kommst du? Ja, wie jetzt? Oh, extra lebt es ja manchmal so sinnlos. Oh, 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 der hat nochmal wehgetan. Okay, den Schalter hier müssen wir aktivieren. Dazu brauchen wir jetzt erstmal Titan. Kappe, ähm, hallo, schwimm doch mal schneller. Oh, das Schwimmen hier ist irgendwie sinnlos gemacht. Komm, lau. Oh, gedoppelt an den Stern. Äh, ja, vielen Dank, dass du gesprungen bist, du Idiot. Das ist jetzt so doof zum Springen gewesen, echt, ich fass es nicht. Ja, ja. Ach ja, immer wieder schön, wenn Mario mal nicht das macht, was er machen soll. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also, unbesiegbar ist man anscheinend doch nicht. Ja, ich weiß, ich bin unter Wasser. Blödes Backspiel. Geplatt! Nein, die Güte, so, da haben wir den jetzt doch. Okay. Jetzt weiß ich auch, worum es beim nächsten Stern geht. Jetzt müssen wir nämlich nochmal in das Giftgas-Labyrinth. Hier ist es das Nebellabyrinth, weil man Giftgas ja nicht sagen darf, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja. Tja, Leute. So ist das hier, wa? Ja, was bringen mir die Münzen eigentlich nicht viel mehr? Ja, da sind wir ja bei uns. Die Münzen zu geben. Ja, das ist das Däònchen. Ja, nicht so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So. Seht ihr, so einfach ist die Geschichte auch schon. Äh, bin ich hier auch richtig? Oh, mir scheint nicht so. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, ne, wisst ihr? Ja, genau, genau, ganz sicher, ja. Ja, bin ich ja froh, dass sie da jetzt halt genau geskriptet haben, ganz genau. Oh, wisst ihr was, ihr könnt mich mal sowas von, ihr könnt mich einfach mal. Hm. Hm. Wisst ihr, die ganze Zeit gibt es hier irgendwo in diesem Spiel Bugs oder Glitches, die man ausnutzen kann. Nee, hier haben sie jetzt halt ganz genau geskriptet, dass er sich nicht mal so ganz kurz in der Luft festhalten kann oder so. Nee, 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 da wurde ganz genau geskriptet jetzt. Hm. Dann müssen wir wohl nochmal gucken. Hier we goooo! Ey, duck dich jetzt! Mann! Ja toll, dass hier nix ist. Ja, genau. Treffen. Jetzt sind wir doch wieder hier. Wo ist denn diese andere Nische? Naja, stimmt doch. Oh ja, jetzt verreckt halt auch noch. Ey, ich fass es nicht. Dieses Spiel ist manchmal so doof, ne? Ja toll, wie soll ich hier nen Wandsprung machen? Geht kein Wandsprung! Ey, ich fass es nicht. Hier we goooo! Oh Gott! Ey, wie soll ich hier nen Wandsprung schaffen? Leute, hier geht kein Wandsprung! Sind die irgendwie high oder so? Hier ist ne Drecksgrube! Hier geht kein Wandsprung! Ja, verreckt! Verreckt doch jetzt noch! Ja! Toll! Weißt du was? Ihr könnt mich mal! Ganz ehrlich, wie soll ich da nen Wandsprung schaffen? Das geht nicht! Das könnt ihr knicken! Das geht nicht! Ja! Hier ist mein Wandsprung, Alter! Ja! 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 Alter Schwede, wenn ich jetzt den Stern wieder nicht krieg, na dann. So, endlich. So, endlich.